Folge 4 The Lost Legacy. Daniel spielt. Hi. Hi. Wir sind jetzt im Wald. Wir sind im Wald. Wir sind im Wald. Ich werde euch hier jetzt ein paar schöne Schätze. Genau. Bestimmt. Dann such doch mal die Schätze. Bin schon auf der Suche. Wir sind immer noch in Indien und suchen den Stoßzahn von der Gottheit Ganesha. Das könnte Aua weh machen. Achso. Das war etwas zu tief. Ja, ich bin das noch von Super Mario Odyssey gewöhnt. Was dann im Prinzip alles runterspringen kann, was man möchte. Ja, nee, mach das nicht. Genau. Wir suchen Ganeshas Stoßzahn. Den hat er verloren in einer großen Schlacht vor Milliarden von Jahren. Äonen. Also in so einem Hindu-Saga. Und du bist fett am Rutschen. Ich dachte, das war sogar beabsichtigt anscheinend. Vielleicht. Wer weiß. Naja, an sich solltest du da... Warum kannst du nicht mal ein bisschen konzentriert... Du bist so hektisch gerade irgendwie so... Nein, ich... 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 Vollgehab... Dreh, drehen, machen! Ah! Ich hab deiner... 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 Wohlkriegenden Stimme gelauscht. Das machen viele Leute. Deswegen haben wir so unfassbar viele Abonnenten. Äh, genau. L1. Und dann geht das wieder. So, damit wäre auch die... Äh, nein. Damit wäre auch die Frage beantwortet, äh, wie das mit dem Greifhaken hier ist. Es... Es gibt einen und wir können ihn benutzen. Genau. Jetzt kannst du hochklettern. Und da musst du dich da wahrscheinlich rüberschwingen. Ich glaube auch. Maybe. Es ist sicher, während des Greifens zu springen. Schön. Immer noch da unten. Dann stoßt er an von Ganesha. Ja, also ich... Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wofür man den dann braucht. Wie ist sie denn da jetzt schon wieder? Wir sollten eigentlich immer den Weg nehmen, den Nadine nimmt, oder? Ja. Nein, das war kein Scherz. Das war nur ein Fighter. Du wusstest aber, worauf ich hinaus will. Natürlich. Warte, das machen wir nochmal, damit das ein bisschen dreckiger ist. Du musst sie so richtig einsauen. Oh Mann. Wird man hier auch eingesaut haben? Da wird man natürlich... Ach Mann, ey. Mal sehen, ob wir Nadine und sie noch dazu kriegen, zu Schlamm catchen. Also, falls ihr euch gefragt habt, ob das hier ein tief-feministisches, antisexistisches Let's Play wird, ich muss euch enttäuschen. Also, ich... Momentan halte ich mich doch wirklich ganz gut. Der Abend ist auch noch jung. Ich glaube, da kommst du nicht hoch. Jetzt bin ich gespannt, dass ich diesen Stoßzahn habe. Sie reden gerade darüber vielleicht. Wenn wir zuhören. Ich habe keine Heusaler-Ausstellungen gesehen. Vor diesem Job hatte ich noch nie etwas von Heusaler gehört. Naja, das ist die Schuld, ihr... Entschuldige, ich brauche einen Moment. Wir reden später weiter. Ich dachte natürlich, ich kriege sie jetzt wieder sauber. Achso, das ist natürlich ein guter Plan. Aber guck mal, die Hose ist schon wieder sauber. Oh, Vorsicht. Da vielleicht nicht runter. Naja, vielleicht ist hier ein Schatz. Du hältst die ganzen Fortschritte auf. Komm. Zurück ins Auto. Ich möchte auch, dass wir mindestens 50 Spiele sorgen für dieses Spiel brauchen. Das möchte ich nicht. Auch wenn es nur halb so groß ist. Bitte nicht. Oh Gott. Jetzt muss ich wieder die ganze Story machen und du rennst immer sinnlos rum und suchst Schätze. Das war allerdings eine coole Möglichkeit einzusteigen. Und wir sprachen gerade worüber? Ah, ja. Über Ganesha. Naja, es ist die Schuld ihres letzten Königs. Jung, leichtsinnig, trotzdem mit seinem Reichtum. Er bautet in den Fustzahn die neue Stadt. Und führte die Perser direkt vor seine Haustür. Und jetzt uns. Und jetzt uns. Okay, also diese Heusala-Dynastie, die scheint also so ein bisschen unglücklich am Ende untergegangen zu sein. Weil die Perser dann gekommen sind. Zumindest das wissen wir jetzt schon mal. Ich hatte vor den Heusala allerdings, genau wie Nadine, auch noch nie was gehört. Also Nadine hat ja gerade gesagt. Was sonst? Den Wasserfall hoch. Und den Wasserfall runter. Daniel, was tust du da? Was tust du da eigentlich? Ich erfreue mich an dem Spiel. Ah, okay. Es ist lange, dass mir ein Spiel Freude bereitet hat. Na, dann solltest du dich erfreuen, Daniel. Und wir alle dürfen dabei sein. Ist das nicht schön? Ja. Schreibt in die Kommentare, wie schön ihr es findet, dass Daniel sich am Spiel erfreut. Guck mal, in unserer schnelllebigen heutigen Gesellschaft ist es schön, wenn manchmal was mit uns wieder... Ach, na, egal, ne? Wuuu! Wenn, ach, egal. Und runter mit dem Wasser. Mann, Alter, jetzt such doch mal, wo es weitergeht. Ja, ich bin schon dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob wir beide dasselbe meinen mit weitergehen. Oh, es riecht lecker. Ja, na, unsere Köchin kocht in der Küche. Unsere Hausdame. Finde, ihr solltet euch sowas auch anschaffen. Also, jeder von euch, der kein Hausmädchen zu Hause hat, der macht was falsch. Das ist sehr praktisch. Dennis, was sind deine Top 5... Hausmädchen? Indischen Gerichte. Ach, du bist immer so auf Essen aus, ne? Oh, guck mal. Ja. Das ist selber hübsch. Wozu Handbremse? Warum so? Ja, wer bremst, verliert. Und 99% aller Menschen, die sagen, wer bremst, verliert, verlieren normalerweise dann. Indische Gerichte. Ich bin gar nicht der megagroße indisches Essen-Fan. Also, ich weiß nicht, ob ich eine Top 5 zusammenkriege. Ich kenne auch gar nicht so viele indische Gerichte. Ich mag sehr gerne schicken Tandoori, also dieses 24 Stunden gegarte Hühnchen- und Tomaten-Sahne-Sauce. Ja. Oder Tomaten-Kokos-Sauce. Ey, ganz locker. Boah, das ist schübsch, ey, Alter. Da haben wir das Licht hier. Das ist doch ganz nett hier in der Natur, oder? Raus aus der Stadt. Ruhiger. Kommst du auf die Hühnchen? Das ist voll hübsch. Wollte ich nicht sagen, dass du da rauskommen wolltest. Die Story geht weiter. Das ist ganz wichtig. Ja, Anna, sie haben nur darüber unterhalten, dass sie gerne wandern gehen oder auch nicht. Wer macht das nicht? Ja. Also Chicken Tandoori ist, glaube ich, wirklich echt voll auf Platz 1 bei mir. Dann mag ich gerne das Lamm mit Spinat. Ja. Das finde ich auch mega lecker. Das esse ich total gerne. Das ist auch so ein bisschen wie Curry, nur halt mit Lamm und Spinat. Wiii. Oh, guck mal. Affen. Machst du nicht gerade Fahrschule nochmal? Achso, ja, ja. Und du, wieso parkst du dann, indem du gegen eine Mauer fährst, anstatt einfach voll zu rühren? Ich mache es genau so, wie ich es nicht machen darf. Okay. Du lebst also im Spiel das aus, was du nicht in der Realität... Warum spielen die meisten Menschen GTA 5? Um vernünftig Auto zu fahren. Und an jeder roten Ampel zu halten. Das ist jetzt ganz... Wenn du mit den Brüsten voran in die Wand springst, dann fällt die um. Na, wer weiß. Was genau sollte da jetzt deiner Meinung nach passieren, als du dagegen bist? Ja, das stimmt. Wohl klappt nicht. Granate haben wir auch nicht, glaube ich. Keine Ahnung. Nee, noch nicht. Na gut, dann gucken wir uns mal woanders um. Vielleicht mal bei der Tür. Ja. Nadine könnte schon hinter der Tür sein. Vielleicht kann man... Ja, so wie immer. Vielleicht kann man auch irgendwie die Seilwinde vom Auto benutzen. Was hat sie denn da entdeckt? Also die Seilwinde ist ja vorne, aber die war durchgestrichen. Mal gucken, ob Nadine weiterhin nichts tut, wenn man einfach neben ihr steht. So ganz aufdringlich. Weißt du, so direkt neben ihr. Ja. Stundenlang. Genau. Lamm mit Spinat. Lass doch mal jetzt die Story rein. Ich dachte, das sind Ganesha und Shiva. Da hat jemand aufgepasst. Ganesha war der Hüter von Halibit. Der neueren Hauptstadt von Hoisala. Shiva war der Hüter der ehemaligen Hauptstadt Belur. Ja, die Steinbilder sind wunderschön. Aber das ist wohl kaum eine Verteidigungsmauer. Hm. Bildhauerquartiere. Wir sind hier noch am Stadtrand. Wusste gar nicht, dass du Archäologe bist. Das wäre wohl eher mein Vater. Ich bin nur eine Diebin. Weißt du noch? Hey. Hat der Wagen eine Seilwinde? Natürlich hat er eine. Sehr gut. Damit werden wir das Tor schon aufkriegen. Was du willst, ist einfach einreißen? Das habe ich vor. Oder hast du Dynamit? Das ist deine Show. Das heißt dann wohl nein. Wie geil sie ist. Vor allem Nadine hat in Uncharted 4... Nun muss ich erst das Seil holen. Nadine hat in Uncharted 4 die ganze Zeit immer alles in die Luft sprengen wollen. Und der Wraith hat immer gefragt, müssen wir das kaputt machen? Um da durchzukommen irgendwie, um den Schatz zu finden. Und jetzt... Die Menschen ändern sich. Und jetzt ist ein paar Monate später ist sie diejenige, die... Schiff, in Deckung! Mal sinnvoll nachfragt, ob man... Ich schätze, dass wir es nicht tun sollen. Das war wieder die Geschichte, wo du ständig klopierst bei Schießereien, ne? Ob die alles kommt. Ja, stimmt. Ich kann das nicht. Na gut, dass... Hä? Das war ein guter Headshot. Gut, dass Nadine das für dich macht. Au, au. Ich würde da weg. Ich denke mal, mit Kreis kannst du in Deckung machen. Falls du mal irgendwo Deckung brauchst. Was möchte ich? Deckung. Du könntest aber auch hochklettern und ihn verpügeln. Quatsch, Mann. Schieß ihm in die Eier! Schieß ihm in die Eier, Mann! Jetzt reicht's aber! Jetzt reicht's aber! Da hat er recht. Mir reicht's auf jeden Fall. Gibt's hier irgendwo Dynamit? Da sind Granate-Grenades! Da kannst du mal eine Granate... Was waren die Zaubertasten für die Granate? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich wirklich. Ich hab sie gefunden. Ja, das müsste gehen. Guck mal, da bist du außerhalb der. Und da ist ein Scherzi! Aber den hätte ich auch gefunden, weil der war so offensichtlich mit der Granate. Oh, da fehlt schon wieder einer! Oh, ja! Wo waren wir? Tor einreißen. Und der Schatz ist hinter Tor 1. Oh, guck mal, das sieht doch gut. War direkt hoch. Was für ein Zufall ist auch gleich eine Rampe gebaut wieder durch. Ja. Und außer den beiden Gerichten, die ich jetzt schon genannt hab, ich mag das Batura noch ganz gerne, dieses Brot, dieses, was dann wie ein Fußball aussieht. Ja, das aufgeblasene Fettbrot. Genau. Ich bin nur überrascht. Und tatsächlich... Ich dachte, du wärst eher der Typ, keine Spuren hinterlassen, wenn zum Brotgen geht. In diesem Beruf könnte ich Sentimentalität umbringen. Und tatsächlich war's das schon. Tatsächlich war's das mehr oder weniger schon. So ein normales Curry mag ich ganz gerne, so Gemüsecurry oder Hähnchencurry. Das kann man ja extrem viel variieren. Kann man stark variieren, deswegen finde ich das jetzt albern, da irgendwie alle Variationen noch irgendwie auf Platz 3 bis 5 zu packen. Ja. Also ich würde dann schon sagen, so normales Hähnchencurry oder so. Da ging's nicht gerade um die Fledermäuse da oder was? Na, ich wollte mal nachgucken, ob's hier noch irgendwie was Besonderes gibt. Schatzilein! Ne, ich wollte so gucken, ob's hier was Besonderes gibt. Ah, okay. Wie immer ist ein Schatz? Ne, ich schätze, das interessiert dich gar nicht. Nein. Ist nicht so dein Ding. Guck mal, du bist doch mein größter Schatz, den ich habe, Dennis. Das ist aber nicht. Welchen anderen Schatz benötige ich denn noch? Das stimmt. Das stimmt. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Geschafft! Äh, äh, bum. Oh, da geht's weiter. Ich bin ja praktisch, dass hier so eine Straße mitten durch den Uweil führt quasi. Sie hat gerade Stopp gesagt, aber ich trübe weiter Gas. Du lässt sich nicht von einer Frau was befehlen, ja. Also, du bist ja auch eine Frau. Ja, gut erkannt. Halt ein ganzes Bataillon dabei. Was ich da für ein Panzer hat? Na, sonst wäre es ja auch langweilig. Dann könnten wir hier nicht ballern. Wir müssen durch dieses Tor. Okay, mal mit der Ruhe. Mit dem Auto. Erst müssen wir diese Clones ausschalten. Hast du einen Plan? Ja? Klar. Ja, klar. Hast du einen Plan? Ja, ich habe auch einen Plan. Ja. Komm, über fahr sie einfach. Ja. Mario Kart Style. Boi! Das hätte cooler ausgesehen, wenn du... Schlafschütze! Oh, oh. Oh. Der Plan war scheiße. Ach, der Plan war super. War das wirklich dein Plan? Ja. Das wird eine Wasserfallpark. Fällt dir nicht? Was hast du jetzt von deiner Neugierde? Guck mal, wie geil er sich versteckt im hohen Gras. Okay, ich will... Ich möchte die Scharfschütze erstmal kriegen. Ja. Gehen wir mal erstmal hinter die Tempelentdeckung. Es gibt hier eine Decken-Taste, ne? Mit Kreis. Die Crysis-Taste. Boah, habe ich Bock mal wieder Crysis zu spielen, ja? Das ist auch schon so lange her. L1. Wuhu! Könnte man euch, liebe Zuschauer, zu einem Crysis-Let's Play beglücken? Oder könnte man euch damit beglücken? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Hättet ihr da Bock drauf? Weil ehrlich gesagt, ich habe das vor fünf Jahren das letzte Mal gespielt. Und das ist aber auch so ein Spiel, das kann man theoretisch eigentlich, weil es so verdammt gut ist, auch einfach mal jedes Jahr in das Spiel. Habe ich aber irgendwie nicht gemacht. Stimmt, die Granaten benutzt man sonst so selten. Sollte man einfach mal rausfauen, die Dinger. Sehr gut. Da kommt auch noch oben. Kommt da oben? Da ist nicht mehr. Supergur. Hallo. Oder versteck dich. Eins von beiden. Ne, geh mal hinter die Seite. Oh Mann. Dann hast du dich in eine unlösbare Situation manövriert. Ja, ja. Möchten wir vielleicht eine kleine Pause machen an der Stelle und ich probiere das nächste Folge nochmal. Nein, wir machen nochmal eine Runde und dann noch eine Runde. Der Mann will es wissen, der Mann will es haben. Vielleicht diesmal die schleichigere Version. Okay, damit wäre die Frage beantwortet. Ja, erstmal die Leute markieren. Genau, dann weiß man nämlich... Ja, markieren, Leute markieren, kenne ich mich aus. Du dachtest jetzt schon wieder an irgendwas Schweinesches, ne? Was? Nein. Ich bin keiner, der Schweinesch denkt. Ne, stimmt. Hast recht. Wie konnte ich nur... Wie konnte ich das nur glauben? Hier ist irgendwie keiner. Ne. Aber hübsch ist es schon wieder. Mit dem Licht und so und den ganzen Spiegelungen. Das haben sie echt schön gemacht. Ob es wirklich auf der Welt noch so Ecken gibt, wo so Tempel inmitten von irgendwelchen krassen Wasserfällen und Urwäldern und so sind und... Also sowas habe ich gesehen, ja. Und da rannten dann auch keine Touristen rum. Natürlich rannten da Touristen rum. Das wollte ich nämlich gerade noch dazufügen. Wo dann eben nicht schon auch noch der Verkaufsstand für die Souvenirs daneben steht, sondern... Ne, da war eine thailändische Frau. Eine ganze. Wow. Bist du dir sicher, dass es eine Frau war? Das weiß man bei Thailand. Ja, immer nicht so. Na. Ist ja eher so... Die können ja auch mal It's a Trap sein. It's a Trap, but it's a nice Trap. It's a nice Trap, ja. Das habe ich ja nicht gesagt, dass das was Schlechtes ist. Ich weiß ja auch gar nicht, warum Traps so einen schlechten Ruf haben. Ich meine... Vielleicht will man das ja genau. So, na jetzt hol dir mal irgendwen da. So. Oh, der sieht dich da oben. Ne, jetzt sieht er dich nicht mehr. Super. Neue Granate noch mit. Das hat ein Visier, das Gewehr. Das ist vielleicht ein bisschen geiler, als dein bisheriges. Genau, hier kannst du hoch. Da ist auch hohes Gras oben. Da kannst du doch rein. Ist doch okay. Der sieht dich da, wenn du jetzt da eine Millisekunde da kurz langläufst. So, jetzt kannst du gucken, was mit denen ist. Der Schauschütze ist dann erstmal runtergehupsig. Eine soll Südafrikanerin sein. Hat man mit dem Boss gehabt. Das ist die Nadine oder was? Südafrikanerin. Okay. Okay. Angeblich ist die eine ausgezeichnete Kämpfer. Mach dich nicht lächerlich. Lass zum. Da rüben deine Bewegung. Pass auf. Leider trennen die sich nicht, ne? Sind weiterhin zu zweit am Start. Ach, schade. Ach, schade. Hast du was gefunden? Dann musst du wohl wieder auf. Ich dachte, ich wollte ihn nochmal markieren, aber... Oh, können die jetzt den Dialog weiter? Ja. Das ist ein schlaues Spiel. Wo waren wir? Ach, guck mal, der geht wieder hoch. Vielleicht kannst du den dann jetzt hier... Ja, während der andere noch klettert. Supergeil. Gutes Ding, Daniel. Gutes Ding. So, jetzt hoch und den. Den Knirch erledigen. Den Knecht Ruprecht. Als ob der jetzt tot ist, nur weil er die anderthalb Meter ins Wasser gefallen ist da oben. Oder zwei Meter. Warte, ich stand bei den nächsten Süßen. Äh, du bist gerade voll on fire. Das Gefühl habe ich auch. Und Nadine rennt immer im Kreis hinter dir her. Springen sie auf einen Gegner, um ein bisschen Spaß mit ihm zu haben. Um ihn anzugreifen, weiß ich nicht. Oh, da liegt ja einer rum. Das ist ja traurig. Wieso liegt denn der da? Okay. Jetzt müssen wir noch mehr Gegner finden, nehme ich an. Äh, ja. Aber die Frage ist halt, ob ich das jetzt dann noch leicht hier überlasse. Nö, kannst du auch noch, wenn du noch Spaß daran hast. Vielleicht kletterst du da auch noch hoch. Du hast das jetzt so schön geschlichen. Da rechts unten steht auch noch einer und da links ist auch noch einer. Kannst du dich noch markieren? Aber wie ging das? Achso. Irgendeine Taste reindrücken, glaube ich. Welche war das? Der linke Stick oder der reine? Genau, also erstmal das da oben, oben, oben rechts. Ne, oben links. Und dann musst du nochmal das Knöppchen reindrücken. Du hättest jetzt auch die Kletterseile nehmen können. Ja, aber das wäre mir jetzt... Geh da nicht rum, genau. Moment mal. Da gehe ich mal hin und sterbe. Warte, bis der sich umdreht. Und dann rauf auf die Klöten. Wie die immer alle sterben davon, dass sie drei Meter tief fallen. Naja. Voll die Pussis, Alter. Die kannst du jetzt dann aber auch noch abknallen, oder? Das soll sonst keiner mehr. Ich bin jetzt Pazifist. Du tötest sie einfach nur auf andere Art. Ich weiß nicht, ob das Pazifismus im eigentlichen Sinne ist. Waren es echt nur fünf Gegner? Das kann man erfordern. Du hast doch jetzt schon sechs oder sieben gehabt. Das ist jetzt der Achte, glaube ich. Du bist einfach sehr effektiv. Geil, Mann. Geil. Ja. Oh, ist das eine Loot-Chest, Mann? Eine Loot-Kiste, die man für Echtgeld kaufen kann? Nein, sowas gibt es in dem Spiel nicht. Weil Naughty Dog so eine Scheiße nicht macht. Im Gegensatz zu anderen Entwicklern. Ich will mich jetzt nicht zu weiß aus dem Fenster nehmen. Vielleicht gibt es im Multiplayer von dem Spiel gibt es das vielleicht ja auch mit so Loot-Kisten. Oh, I was never here. Damit können wir dann jetzt noch schleichiger spielen. Das Spiel finde ich sehr gut. Aber ich glaube, damit haben wir die Passage gemeistert. Ich denke auch. Wir. Wir vor allen Dingen, ja. Na, ich rede immer vom Wir. Das Wir gewinnt. Wir sind ja kleine Kommunisten. Nee, ich wurde echt darauf hingewiesen, dass ich immer von Wir spreche. In welchem Zusammenhang? So in allen Lebenslagen? Ja. Guck mal, da oben kannst du das Tor aufmachen. Okay. Ist aber nicht wichtig, alle sind tot. Stört doch jetzt hier keinen mehr. Ach so, ich komme jetzt mit dem Auto an. Ich dachte, jetzt kommt noch ein Bösewicht. Nee, das ist Nadine. Die südafrikanische Söldner. Super Maus. Guck mal, gut, dass da oben auch gleich noch eine Tür aufgeht. Ist das schon gut gepackt. Aber was befindet sich hier hinter? Das werden wir erfahren in der kommenden Episode von The Lost Legacy. Der Weg zurück ist versperrt. Es geht nur nach vorne. Also auch wieder sozialistisch vorwärts immer, rückwärts nimmer. Tschüss, Genosse. Tschüss, Genosse. Macht's gut.